Hallihallöchen liebe Leute und herzlich willkommen zu einem 16. Info-Video auf meinem Kanal. Es ist gerade der 4.5. und das StarCraft Let's Play endet am 9.5. Ich weiß, nicht viele haben es geguckt und ich finde es schade, ich hatte sehr viel Spaß beim Aufnehmen und ich finde es hätten auch viel mehr gucken müssen, aber ich glaube auch einfach, dass StarCraft ein Spiel ist, was eigentlich jeder kennt und wahrscheinlich auch jeder Let's Played. Und wenn man halt WoW bzw. Let's Play StarCraft 2 German eingibt, dann findet man mich auf vielleicht der 57. Seite. Das heißt, es gucken eigentlich nur Leute, die meinen Kanal gucken, davon haben es wahrscheinlich schon 90% gesehen. Neue Leute gucken es gar nicht, weil sie mich überhaupt nicht finden. Schlecht. Damit man sich immer noch im Wachstum befindet mit 1800 Abonnenten. Erstmal danke. Und ich will es ja ein bisschen demokratischer machen. Im Mai kommt das Skyrim Let's Play, das Great Coral of Necturnal, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, hat mir Freude bereitet, es war einfach cool irgendwie. Genau, das kommt raus. Und sagen wir es mal so, ich habe trotzdem Bock auf ein neues Let's Play. The Great Coral of Necturnal wird den Mai erobern, genauso wie das WoW Let's Play, das heißt zwei Let's Plays nebeneinander. Vom WoW Let's Play habe ich schon wieder 30 Parts aufgenommen in ganz Nordend, weil ich mit Nordend gerade richtig Bock finde ich. Und diese werden natürlich auch mal rauskommen. Gleichzeitig habe ich aber im Juni wird wahrscheinlich noch eine Visual Novel rauskommen mit der guten Cardia Chris. Cardia Chris. Und wenn sie Bock hat, ich bin mir da nicht so sicher, weil sie nicht begeistert wirkt. Aber es wird rauskommen, ist mir egal. Sie wird mitmachen, weil ich sie zwingen werde. Und ich habe aber Bock auch alleine ein Let's Play noch weiterhin aufzunehmen. Das würden dann drei Let's Plays nebeneinander sein. Natürlich kommt im Juli, Anfang Juli kommt Neral raus. Das wird natürlich gezockt, dann wird vielleicht WoW pausiert. Vielleicht habt ihr Bock auf drei nebeneinander laufende Let's Plays. Mal gucken wie es wird, mal gucken wie es anschlägt. Weil da lasse ich mich nicht reinreden. N3 wird 100%ig Let's Play. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Im Link, in der Beschreibung findet ihr einen Link. Der wird zu einem Swarpol führen, was ihr bitte ausfüllen werdet. Und zwar geht es darum, um welches Let's Play wir als nächstes Let's Playen werden. Ab dann halt Juni. Und zwar wähle eine Antwort. Starcraft 2, Heard of the Swarm. Natürlich der weiterführende Teil von Starcraft. Der dann Heard of the Swarm wäre. Ungefähr 10 Parts, 20 Parts. Wird ein bisschen kürzer sein als das erste Let's Play. Warhammer Dark Crusade. Ein Strategiespiel der Warhammer Dawn of War Serie. Und zwar geht es da um den Planeten Kronos, wo die Necrons wieder auferstanden sind und die imperiale Armee entsandt wurde. Und auch die Space Marines entsandt wurden. Und natürlich mein Lieblingsvolk, das Sternenreich der Tau. Für das höhere Wohl. Wir würden dann das Sternenreich der Tau spielen, weil ich die ziemlich geil finde. Ähm, und ich sagen würde, dass dies, dies, dies die beste Klasse ist. Ähm, der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittel Erde 1. Sonst würde ich auch sehr gerne Let's Playen auf der guten Seite. Aber ich weiß nicht, ob ich darauf wirklich Bock hab. Ähm, wenn ihr Bock drauf habt, hab ich auch Bock drauf. Kriegssperre der Zandalari. Ähm, dann hab ich natürlich auch Bock drauf, dann spielen wir es. Die Mass Effect Reihe, die würde natürlich wieder zu einem Endlos-Let's Play führen, weil es ein RPG ist, was einfach... Ähm, der erste Teil dauert ungefähr 24 Stunden zum Spielen. Der zweite Teil dauert ein bisschen länger, ich glaub, ungefähr an die 40, 30 Stunden. Und der dritte Teil ist ein bisschen kürzer, der geht halt auch wieder so 24 Stunden. Und würde halt extrem lange dauern, würde extrem langes Let's Play sein. Was wahrscheinlich nicht allzu viele Leute gucken würden, aber von der Story her ist Mass Effect einfach genial. Und man kann's halt auch immer wieder spielen, weil es halt immer wieder anders ist. Aber ich glaube, hier wär wieder das Problem, dass es viele, viele, viele Leute Let's Played haben. Dann, die Monkey Island Reihe. Hehehehe. Ähm, wenn man Monkey Island googelt, Let's Play Monkey Island German, dann sieht man nur Gronkh. Ich glaub, kein anderer Mensch hat jemals Monkey Island Let's Played außer Gronkh. Ähm, ich hab's tatsächlich bei Gronkh angesehen, aber ich hab's auch bei meinem Vater Let's Played... Näh, bei meinem Vater Let's Played, schön. Ne, bei meinem Vater durchgespielt. Das war das allererste Spiel, was ich jemals gespielt hab. Also hatte ich extrem Bock. Ich hab mir auch ein, ähm, Strandtuch gekauft, beziehungsweise ein Handtuch, wo Monkey Island drauf ist mit dem dreiköpfigen Affen. Und deswegen hab ich wieder mal Bock, Monkey Island zu spielen. Wäre halt ein Adventure. Ähnlich, würde ich jetzt mal sagen, auf meinem Kanal vergleichbar mit Let's Play World Cup 3 Der Letzte Wächter. Und das würde mir unglaublich viel Spaß machen, weil ich, ähm, eigentlich Adventure extrem feiere. Genauso wie die Deponia-Reihe, die ich auch durchgespielt hab. Ähm, da würde ich die ganze Reihe Let's Playen. Der nächste, was ich Let's Playen würde, beziehungsweise was ihr abstimmen könntet, wäre die Indiana Jones Fate of Atlantis Reihe. Auch ein Adventure, ein Point-and-Click-Adventure, was mir auch als Kind sehr viel Spaß gemacht hat. Auch, ähm, ein Spiel, was ich mit meinem Vater zusammengespielt hab und tatsächlich mit meiner Mom. Meine Mom hat dann die Komplettlösung rausgesucht und es nach Komplettlösung gespielt und es hat nicht funktioniert. Seitdem hat sie nie wieder ein Spiel angefasst, den Scheiß in die Ecke geschmissen und, ähm, hatte keinen Bock mehr drauf. Seitdem spielt sie keine Computerspiele mehr. Yay! Äh, 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 ziemlich geil. Und das letzte, was ihr abstimmen könntet, wäre Bioshock 2. Am Anfang des Jahres, äh, 2015, ungefähr im August, schönes Anfang des Jahres, hatte ich Bioshock 1 Let's Played. Und, nein, noch früher, 2014, hab ich das Let's Played, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann ich das Let's Played hab. Hm. Ähm, und dann könnten wir jetzt den zweiten Teil auf schwer spielen. Gleiches Prinzip wie mit der... Sarkift... Reihe. Es haben 1000 Leute Let's Played, mich würde man nie finden. Hehe. Naja, schreibt jedenfalls eure, ähm, Wünsche beim Swarpall hin. Und wir sehen uns... ... dann in einem nächsten Video. Bis denn.